hey leute was geht ab wir kennen sie Timo mal wieder am start und ja das ist ein kleines infobox betrifft meine videos ich werde jetzt kommenden drei bis vier wochen keine videos mehr hochladen weil keine sorge ich werde danach wieder videos hochladen können weil ich habe jetzt einfach keine zeit und ich muss jetzt für die schule prüfungen schreiben dann gehe ich wieder zu meinem papa weil meine eltern sind geschehen bla 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 ja werde ich da halt weiter videos hochladen können vielleicht auch ein paar vlogs mal sehen und ja das war es ein kleines infobox hoffe ihr habt geduld ihr wochen oder so und ja und rein bis zum nächsten mal